Herzlich Willkommen heute hier in Werder. Heute beginnt die Rückrunde, wieder gegen den TSV Spandau. Wir haben unser erstes Spiel in der Regionalliga auch gegen diesen Gegner bestritten. Wir konnten da leider nicht überzeugen. Wir zeigen es denen heute, dass wir das Spiel auch verstanden haben. Wir freuen uns und wollen die ersten Punkte in der Rückrunde holen. Auf geht's! Nein! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Ja! 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 War gut! Ja! Guck! Guck! Na ja, du! Guck! 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 Biss! Guck! Halt mir weit, halt mir weit! Ach, komm, 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 komm! Gut sie durch! Ja! Ja! Liste! Halt mir! 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 Die Fertifuhrer! Die Fertifuhrer! Alla, Fuma! Ja, kommen wir zum Spiel. 3-1 verloren. Wir haben richtig stark angefangen. Erster Satz, richtig gut gespielt. Gutes Konzept gehabt. Die Annahme hat gestanden. Variables Angriffsspiel war möglich. Gewinn 25-19 glaube ich. Zweiter Satz fangen wir ebenfalls gut an. Der Gegner hat dann auch zu seinen Stärken gefunden. Wir haben uns gut gehalten und brechen halt leider zum Ende wieder ein. Und haben leider Gottes dann im dritten und vierten Satz unser komplettes Spielkonzept über Bord geworfen und verdient verloren. Leider. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.